Fünf Zaubertricks mit Alltagsgegenständen, die du alle zu Hause hast und sofort nachzaubern kannst. Ich glaube aktuell ist fast kein anderer Gegenstand so sehr Teil unseres Alltags wie, siehe hier, die gute alte Maske. Früher hat man in der Jackentasche Geld gefunden, heute sind's Masken. Ich war echt eines Tages, wann wir uns ready machen und finden in der Jackentasche eine alte Maske und decken uns, gute alte Zeiten, damals 2022, und belächeln das Ganze, nur um uns dann fertig zu machen, natürlich für die Zombie-Apokalypse, die draußen wütet. Aber ihr könnt mit so einer Maske tatsächlich einen ziemlich coolen Torn-and-Restore-Trick machen, nämlich so das Ganze wiederherstellen. Mit diesem kleinen Minitrick könnt ihr euer Publikum ja schon mal aufwärmen, bevor wir dann gleich zu dem richtig coolen Zeug kommen. Das Ganze funktioniert sehr simpel. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Rückansicht. Ihr greift die Maske zwischen Mittelfinger und Daumen, und zwar in ungefähr dieser Position. Eure Zeigefinger kommen von oben, greifen hier von vorne in die Schlaufe rein, und ihr zieht das Ganze so in Herzform, wie ihr seht, ja. Ich hoffe, ihr ahnt so ein bisschen das Herz, das ich meine. Hier kommen die Zeigefinger rein, dazu drehe ich die Handgelenke nach oben, ja. Ich komme mit den Zeigefingern von oben, nicht hier so von der Seite, sondern so von oben. Ich ziehe mit beiden Zeigefingern die Maske hoch, zack, führe die beiden Mittelfinger zueinander, und ihr seht schon, die Schnüre laufen hier hinter meinen Mittelfingern entlang. Das heißt, von vorne kann man das jetzt nicht sehen. Hier oben würde man aber sehen, dass die Maske eigentlich noch heile ist. Dazu überlappen wir unsere Finger etwas, ja. Also, ich gehe so in die Position rein und meine Finger überlappen. Mein linker Zeigefinger ist etwas vor dem rechten Zeigefinger, wie ihr seht. Das ist die Startposition. Von hier aus sieht der Zuschauer nicht, dass die Schlaufe eigentlich heile ist. Und um das Ganze jetzt auseinanderzureißen, trenne ich hier unten Daumen und Mittelfinger voneinander, von der linken und rechten Hand. Aber oben bleiben die Finger schön zusammen, achtet darauf, ja. Es ist eine sehr weirde Position, es fühlt sich sehr komisch an, aber glaubt mir, von vorne sieht das sehr sauber aus. Also, zack, wir trennen so das Ganze auf. Von vorne sieht die Maske zerrissen aus. Und um sie jetzt wieder zu reparieren, lassen wir einfach alles los, aber greifen hier oben. Ja, das ist ganz wichtig, denn wir hatten ja hier in dieser Position gegriffen. Und wenn ich jetzt einfach die Zeigefinger loslasse, dann ist mein Griff plötzlich viel weiter außen, als für den Zuschauer es eigentlich der Fall war. Der Zuschauer glaubt ja, wir greifen hier oben an den Enden. Und wenn wir die zusammenführen würden, dann würde das Ganze ja so aussehen. Hier würden wir greifen. Versteht ihr, was ich meine? Und nicht hier. Und deswegen, ganz wichtig, Startposition, die Finger überlappen, hier unten auseinanderreißen. Und um es wieder zusammenzuführen, alles loslassen und gleichzeitig hier oben hingreifen. Und dann so den Zuschauer zum Untersuchen geben. Und der Zuschauer sollte verblüfft sein. Für Trick Nummer 2 krempel ich mir etwas die Ärmel hoch, wie ihr seht. Dass ihr auch ja nicht glaubt, das könnte in irgendeiner Form etwas damit zu tun haben. Wir brauchen nämlich eine Münze. Die dürfte jeder von euch haben. Was auch jeder von euch hat, ist in irgendeiner Form ein Tuch. Ich nehme jetzt einfach mal so ein wunderschönes rotes Seidentuch hier. Ihr habt Taschentücher, ihr habt Küchentücher, Handtücher, wie dem auch sei. Ihr habt auf jeden Fall schnell etwas griffbereit, womit ihr diesen Trick machen könnt. Diese Münze hat dabei eine ganz besondere Eigenschaft, denn wenn ich meinen Finger schnippe, dann löst sie sich in Luft auf. Ein super cooler und super einfacher Münzwernisch. Wahrscheinlich der einfachste Münzwernisch ever. Hat euch das jetzt verblüfft und ihr wisst nicht, wie es geht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn dem so ist. Über einen Daumen nach oben als Support würde ich mich natürlich freuen, wenn euch die Tricks heute gefallen. Aber das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir greifen die Münze in folgendem Griff. Ich habe auf der einen Seite den Daumen und auf der anderen Zeige- und Mittelfinger und greife das Ganze so von unten. Ja, ich habe die Münze also oben at the fingertip sozusagen. Wenn ich jetzt in meiner rechten Hand mit dem Tuch komme, dass ich übrigens hier so mittig greife, ja, in der Mitte des Tuchs und nur an der Kante, dann kann ich folgendes tun. Während ich jetzt von vorne mit dem Tuch komme, greife ich schnell nach der Münze, ja. Dazu komme ich hier mit meinem Daumen und hole sie ab, während ich das Tuch überstreife. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Zack, ich komme von vorne, bam, und habe jetzt schon die Münze hier geklaut. Hier befindet sich also schon gar nicht mehr die Münze drunter. Wohin jetzt mit der Münze? Ich habe es natürlich voll und ganz ausgenutzt, dass ich vor einer Kamera performe und hier am Tisch sitze. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze performen könnt, ja. Am Tisch können wir natürlich damit arbeiten, aber noch besser wird es. Ich habe leider kein einziges Oberteil mehr. Ich habe jetzt über den Winter wieder etwas zugenommen. Ich habe kein einziges Oberteil mehr, das mir passt, wo ich hier eine Brusttasche habe. Denn diese Brusttasche, die wird euch helfen, diesen Trick zu bewerkstelligen. Stellt euch vor, das Somnium-Logo, das ist ja meine eigene Marke, für alle von euch, die es nicht wissen. Die habe ich zusammen mit meinem Kumpel Haido gegründet. Ich habe drei Eier. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wir produzieren nicht nur Kleidung, sondern vor allem Kartenspiele in der besten Qualität, wie man sie nur produzieren kann. Das ist hier die Zero Edition, unsere achte limitierte Edition. Die wird voraussichtlich Ende Februar erscheint. Vielleicht Anfang März, so diese Richtung. Checkt es auf jeden Fall aus. Aber stellt euch mal vor, das Somnium-Logo wäre eine Brusttasche, okay? Dann mache ich folgendes Handling. Ich halte so die Münze und wichtig ist, wo ist jetzt der Arm positioniert? Es hat natürlich keinen Sinn, wenn ich das Ganze so nach vorne strecke. Ja, also jetzt ist mein Arm vor meinem Körper. Jetzt hat es natürlich keinen Sinn, zur Brusttasche zu gehen. Nicht mal das Tuch ist groß genug dafür. Klar, ihr könnt ein großes Tuch verwenden, aber hat gar keinen Sinn. Stattdessen rotiert den Unterarm vor eurem Körper genau so. Also angewinkelt, seht ihr das? Ich bin nicht hier, das hier wäre vielleicht natürlich, so nach vorne, sondern mein Arm zeigt etwas zur Seite. Und in der Position komme ich jetzt von vorne rechts und nicht direkt von vorne, sondern hier von vorne rechts. Dementsprechend hat es absolut Sinn, dass ich, nachdem ich die Münze hier gegriffen habe, um das Tuch hier rüber zu ziehen, zur Brusttasche gehe. Also der Move ist ganz, ganz, ganz simpel. Ich mache es mal in Zeitlupe. Ich zeige die Münze. Ich greife nach der Münze und werfe sie in die Brusttasche. Dort fällt sie jetzt rein. Ich habe sie jetzt in dem Fall hier unter meinem Arm geklippt. Fertig. Die Münze ist fein raus aus dem Schneider. Ich schnippe meinen Finger, bam, und sie verschwindet. Ich habe sie jetzt in dem Fall, wie gesagt, hier. Was ihr am Tisch machen könnt, so wie ich das Ganze gemacht habe, ist, im passenden Winkel, und da müsst ihr echt vor der Kamera üben, filmt euch dabei und schaut, wie die Perspektive dann ist. Ein bisschen nach unten gehen. So, ohne Brusttasche und ohne Tisch funktioniert es leider nicht. Da müsst ihr einen anderen Münzwänisch lernen. Ich habe ja einiges dazu auf meinem YouTube-Kanal hier erklärt. Aber, wenn ihr am Tisch sitzt, könnt ihr folgendes machen. Ich habe die Münze hier etwas oberhalb des Tisches. Ja, also im Prinzip, als würde ich meine Hand auf den Tisch ablegen, auf der Höhe. Wenn ich jetzt von vorne mit dem Tuch komme und nach der Münze greife, kann ich in diesem Moment hier, während ich das Tuch noch überstreife, die Münze ganz einfach in meinen Schoß fallen lassen. Ja, das heißt, ich greife hier rüber, schmeiße die Münze einfach runter, und weil das Tuch noch Kontakt hier vorne mit dem Tisch hat, verdeckt das Tuch, dass ich die Münze fallen gelassen habe. Ja, das funktioniert am Tisch wunderbar. Ich bin in der Position, ich komme von vorne mit dem Tuch und habe die Münze jetzt einfach in meinen Schoß geschmissen. Jetzt kann ich die Hand doch etwas anheben und zeigen, hier geht nichts verloren, ich schnippe meinen Finger und die Münze verschwindet. Wichtig ist, dass ihr die Hand unter dem Tuch in genau der Position lasst, als wäre die Münze noch in eurer Hand. Ja, also die Finger der linken Hand dürfen sich auf gar keinen Fall bewegen. Ich komme mit dem Tuch, greife nach der Münze und die linke Hand bleibt exakt gleich. Dadurch täuscht es nämlich, als wäre die Münze noch dort. Und überlegt mal, dieses Tuch ist einfach durchsichtig. Ihr seht mich hinter dem Tuch hier, aber trotzdem funktioniert der Trick. Ja, ich kann hier trotzdem rüber gehen und die Münze verschwindet. Weg ist sie. Ich schnippe meinen Finger, bam. Wunderbar. Und dann, das finde ich jetzt richtig schön als Abschluss, das Tuch so flattern lassen. Weil, natürlich könnte der Zuschauer jetzt die Theorie haben, vielleicht hast du ja eine geheime Tasche in dein Tuch genäht. Wäre das jetzt aber der Fall und die Münze wäre heimlich in dem Tuch drin, dann wird es ja super schnell mit der Münze zusammen runterfallen. Aber dadurch, dass ich das Tuch jetzt hier hochwerfe und es langsam runterflattert, wie ein Tuch nun mal flattern würde, dadurch zeige ich den Zuschauern, nope, die Münze ist weg. Das war Trick Nummer 2. Kommen wir jetzt zu Trick Nummer 3 mit einem Gegenstand, den wir heute schon benutzt haben. Trick Nummer 3 sieht nämlich folgendermaßen aus. Kleiner Tipp, wenn ihr eine Maske ohne Draht benutzt, geht es besser. Meine hat ein Draht, das hat es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Dazu bestreiche ich die gesamte Karte mit Klebestift. Diese Karte klebe ich jetzt auf das obere linke Viertel der Maske, also hier oben in diese Ecke. Und zwar genau bündig. Das ist sehr wichtig, die Karte muss genau bündig an den Kanten der Maske sitzen. Da darf nichts überstehen, weder von der Karte noch von der Maske. Ansonsten verrät das leider den Trick. Und das wollen wir natürlich nicht, weil sonst wären wir ausgelacht und sind noch größere Mobbing-Opfer, als wir sowieso schon sind, weil wir uns mit Zaubertricks freiwillig beschäftigen. Genau so. Ich drehe das Ganze jetzt von mir weg, ja, die Karte zeigt jetzt zum Zuschauer. Als erstes falte ich die untere Hälfte der Maske nach oben. Zack. Ziehe jetzt die Stränge komplett nach innen. Beide Schnüre. Und jetzt falte ich die Maske von links nach rechts rüber. Und sollte irgendwie was überstehen, kann ich das so noch fixen, wie ihr seht, ja. Wichtig ist nur, dass jetzt von vorne betrachtet die Maske unsichtbar wird. Mit Zeigefinger und Daumen greife ich jetzt hier die erste Schicht der Maske, ja. Hier vorne greife ich mit meinem Zeigefinger rein und mein Mittelfinger greift hinten die Karte. So sieht der Zuschauer von vorne nur die Karte und wir sehen von der Rückseite all das. Wenn ich jetzt den Mittelfinger löse, das ist die Position, wenn ich den Mittelfinger jetzt löse und in einer ruckartigen Bewegung das Ganze ausschüttle, dann bleibt nur noch die Maske für den Zuschauer zu sehen. Die Karte verschwindet hinter der Maske und der Zuschauer sieht nur noch das auf der Vorderseite. Das ist das ganze Geheimnis. Kommen wir zu Trick Nummer 4. Für diesen verwenden wir wieder eine Münze. Ihr könnt natürlich jede Münze verwenden, die ihr möchtet. Ich benutze diese Morgendollar-Coin. Und ich werde jetzt versuchen, diese Münze mit der Matte zu verschmelzen, ja, dass es eins wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Falls nicht, seht einfach her. Achtung. Etwas reiben. Und die Münze wird wirklich eins mit der Matte. Ihr könnt auch drunter gucken. Vergesst sie. Wo befindet sich die Münze? Selbstverständlich in meinem Schoß. Das ist nämlich die Methode dahinter. Aber es sieht wunderschön aus. Ihr tut bitte folgendes. Ihr legt die Münze relativ nah zu euch, relativ Richtung Tischkante. Geht jetzt mit euren Fingerspitzen auf die Münze, sodass sie gerade verdeckt ist. Und schiebt sie nach vorne. Zur Mitte ungefähr. Okay? Das ist das erste, was wir tun, damit der Zuschauer schon mal weiß, so werden wir gleich vorgehen. Wichtig ist, ich brauche jetzt einen Vorwand, warum die Münze wieder bei mir landet. Deswegen hebe ich sie nochmal hoch und zeige sie ein letztes Mal dem Zuschauer. Jetzt lege ich sie wieder vor meine Nase. Und als wäre das ein Fehler gewesen, sozusagen. Zumindest ist das unser innerer Dialog. Ja, das passiert in unseren Gedanken. Als hättet ihr die aus Versehen wieder zu nah hier hingelegt. Und ihr wollt sie ja in der Mitte haben, um sie mit dem Close-Up-Pad zu verschmelzen. Deswegen mache ich diesen Move noch einmal und schiebe sie zur Mitte. Aber bei diesem zweiten Mal schiebe ich sie nicht wirklich zur Mitte, sondern ich kontaktiere direkt vorne am Rand der Münze die Close-Up-Matte und bewege nur meine Hand nach vorne. Ja, also wirklich ein Millimeter voll, sodass ich sie sogar noch mit meinen Fingern berühre, aber sie gerade so nicht mehr schiebe. Genauso muss das aussehen, nur dann verkauft ihr das auch wirklich authentisch. Denn vorher habt ihr die Münze ja mitgeschoben. Es würde halt gar keinen Sinn ergeben, wenn ihr jetzt viel weiter vorne hingreift. Der Zuschauer sieht ja, wo die Münze liegt. Deswegen müssen die Finger wirklich genau die Münze verdecken. Aber ich schiebe sie gar nicht mit nach vorne. Die Münze liegt nach wie vor hier hinten. Und jetzt kann ich sie mit meinem Daumenballen kontaktieren. Und während ich hier jetzt reibe, jetzt berühre ich sie gerade noch nicht. Ja, ich reibe erst mal nur in der Luft. Zumindest von vorne gesehen, covert jetzt meine Hand die Münze. Wenn ihr auch links und rechts von euch Zuschauer habt, dann müsst ihr die Hand ganz flach hinlegen und mit der Münze zusammen reiben. Dann nur noch die Fingerspitze und zack, fertig. Jetzt ist die Münze weg. Ich bewege jetzt meinen Daumenballen mit der Münze zusammen Richtung Tischkante und droppe sie in meinen Schoß. Das Ganze nennt man Lappen, weil Lapp auf Englisch Schoß heißt. Die Münze befindet sich jetzt hier. Da achtet natürlich keiner drauf. Wichtig ist nur, wie verkaufen wir diese Bewegung. Ja, wir gehen hier nach vorne, machen den Move. Die Münze verschwindet. Und ihr wollt jetzt nicht das hier machen. Guck mal, die Münze ist weg. Cool, oder? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum sollte ich mit meiner Hand zur Tischkante gehen? Es muss schon Sinn ergeben. Also, bam, die Münze verschwindet, zack. Und in einer Bewegung, als würde ich zeigen wollen, guck mal, meine Hände sind leer. In dieser Bewegung schiebe ich jetzt die Münze hier in meinen Schoß. Ihr könntet auch einen kurzen Moment Pause einbauen. Die Münze also nach vorne schieben. Sie hier vorne verschwinden lassen. Und dann einfach die Hand kurz Richtung Tischkante bringen. Und so ruhen. Die Münze ist noch nicht in meinem Schoß. Die liegt hier noch. Ich bin noch nicht ganz da. Damit der Zuschauer nicht denkt, ich gehe von hier direkt zu meinem Schoß. Sondern ich lasse sie einfach nur verschwinden. Gehe etwas zur Seite. Habe meine Hand aber immer noch auf der Close-Up-Matte. Und sage, und weg ist sie. Und dann in der nächsten Bewegung lasse ich die Münze in den Schoß fallen. Auch solche Pausen-Momente könnt ihr an solchen Stellen gut einbauen. Das ist die ganze Methode hinter Trick Nummer 4. Kommen wir zum letzten Trick für heute. Trick Nummer 5. Für Trick Nummer 5 benutze ich jetzt diesen USB-Stick hier. Ihr könnt auch ein Feuerzeug benutzen. Und am besten leitet ihr euch das sogar vom Zuschauer aus. Das macht es noch mächtiger. Wichtig ist nur, ihr seht, der ist auf einer Seite bedruckt. Und auf der anderen Seite ist der Blanko. Außer ich nehme etwas von dem Druck mit meinem Zeigefinger. Und bringe die Tinte auch auf der Rückseite an. Weil dann ist er natürlich beidseitig bedruckt. Ja, ergibt Sinn. Ich kann auch das hier tun. Und die Tinte komplett mit meiner Handfläche entnehmen. Nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Er ist jetzt beidseitig Blanko. Oder ich schüttel das Ganze einfach einmal. Und der Stick ist wieder genauso wie er vorher war. Auf einer Seite bedruckt. Und auf der anderen Seite nicht. Und so haben wir vom Zuschauer nichts beschädigt. Sondern geben ihm sein Objekt wieder genauso zurück, wie er es uns ausgeliehen hat. Und wie ich diesen Trick jetzt gemacht habe, euch das hier ganz ausführlich zu erklären, würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Aber ich habe in diesem Video genau den Trick erklärt, den ich euch gerade vorgeführt habe. Mit einer coolen Street Magic Performance. Und euch das alles ganz genau erklärt. Mit Theorie und allem drum und dran. Ganz ausführlich. Schaut euch das gerne an. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.